also laut diesem mod müsste ich jetzt einfach mal so aus spaß ich mache das gleich wieder weg ich werde natürlich nichts behalten keine sorge keine sorge so laut diesem mod müsste ich jetzt leder 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 ich schreibe mir jetzt nicht leder aus weil ich gar nicht wüsste wie geschrieben wird auf englisch genau leder laut diesem mod super nicht geschrieben system leder egal so laut diesem mod müsste ein backpack so funktionieren tut er aber nicht und brennen kann ich das hundertprozentig auch nicht das ist ganz großer schwachsinn keine ahnung warum das nicht funktioniert ich mache das mal wieder rein weil das hat ja dahin gehört endlich so haben wir uns mal ganz kurz ein bisschen schlau getan über dem backpack also schlau und nicht sind immer noch gar so blöd wie vorher haben die nacht aber versucht sinnvoll zu nutzen das ist auch geil mit diesem laubdach einfach mal da ist ja echt kaum chance irgendwie da durchzukommen ähm ich glaub doch attitudes lalala 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 lala europe ja übrigens für diese Peroo ja also ich bin ich am verzweifeln ich habe die speciale fertig gemacht genau an dem tag wo tausend abonnenten da waren hab mich selbst gewundert dass ich es geschafft habe aber war cool in dem Moment. Dann habe ich es hochgeladen und dann hat mir YouTube das gesamte Video zerpflückt. Ich wollte einmal die eine Stelle, da habe ich Icy Fire eingebaut. Ich dachte mir, gut, okay, Icy Fire darfst du nicht monetarisieren. Ist ja auch vollkommen okay. Habe ich nicht gemacht, aber habe ich gehofft, dass ich es wenigstens so nutzen kann. Und auch Animals habe ich reingepackt. Die beiden Videos haben mir das ganze Video zerpflückt. Da habe ich gemacht, okay, gut. YouTube-Optionen, Lieder ausschneiden. Ja, meine Stimme hat es komplett zerhauen beim Ausschneiden von Animals, weil das im Hintergrund lief. Oh ne Gott, von Animals geht der, glaube ich, sogar. Das andere war es, Changes, genau. Das hat es mir vollkommen zerpflückt. Und, äh, ja, die Filme, oder der Film, wo Icy Fire dahinter lief, ist natürlich ohne Icy Fire vollkommener Schwachsinn gewesen. Ich hatte extra so einen Lava-Berg, das werde ich ja mal sehen. Ich hatte extra so einen Berg mit Lava gefunden und habe genau in dem Moment, äh, Icy Fire eingespielt, wo ich über diesen Lava-Berg dazurgeflogen bin. Das ist verständlich, ne, weil da geht es ja um einen Berg mit Lava und weswegen sollte das so sein. Aber, ne, haben wir eine Schlichtrechnung gemacht. Da habe ich versucht, das auf Facebook hochzuladen, aber auch Facebook hat die GEMA-Rechte. Und ich weiß, wie ich hätte denken können, aber ich, naja, man versucht es halt, ne. Und hat mir das auch gleich gesperrt. Äh, ja, und die Originalversion, also die schönste Version von allem, wird wahrscheinlich keiner mehr von euch sehen. Das eine Lied werde ich ausschneiden müssen, oder ausschneiden lassen von YouTube. Und, äh, Ed Sheeran werde ich ausblenden und werde dann ein anderes Lied drüber spielen. Anders geht es leider nicht. Ist schade, aber ist so. Aber, na gut. Das soll jetzt trotzdem kein Ding sein. Äh, wird es einfach ein paar Tage später kommen. Momentan sind es tausend vier Abonnenten. Diese vier Abonnenten, die werden sich bestimmt nicht, äh, bitterlich einweihen, weil, äh, das Special einen Tag später kommt, oder zwei Tage später. Jetzt gleich nach der Aufnahme hier, die endet ich auch in der nächsten 15, Also, ich denke mal, wenn ich zurück bin, dann wird die Aufnahme auch enden erstmal. Dann fange ich auch gleich an, das zu bearbeiten. Und dann werde ich es vielleicht sogar heute noch hochladen, mal schauen. Ist schade, ich würde euch gerne irgendwie mal zeigen, wie es wirklich in Wirklichkeit klang, weil es ist echt geil mit dem ICFIRE. Gefällt mir richtig gut, die Stelle. Äh, aber leider, ne. Leider gar nicht. Da müsst ihr denn schon persönlich bei mir vorbeikommen und es auf meinem PC euch angucken. Oder, äh, ich könnte es als Download irgendwo, kann, kann man das als Download reinstellen? Ich weiß gar nicht. Wenn sich jemand, wenn sich jemand auskennt damit, dann kann er mir ja eventuell immer, sagen, wie ich, wie ich dieses Video als Download reinstellen kann. Und dann kann ich das ja auf YouTube unten verlinken. Hier Download Original Version. Das wäre vielleicht eine Option. Dass ihr euch die Original Version dann selbst downloaden könnt und euch so mal anschauen könnt. Für die Leute, die es interessiert. Ähm. Bin ich übers Wasser gekommen? Ich bin ja nicht übers Wasser gekommen. Das führt mich wahrscheinlich wirklich dahin, wo ich... Aber rein theoretisch müsste ich ja dann einfach hier, nach hier laufen. Im logischen Aspekt gesehen. Gucken wir mal aus. Ich bin ja nicht übers Wasser gekommen. Ich denke mal, dass mich der Kompass jetzt zurückführen will in meine ganz alte Region. Aber da will ich ja nicht hin. Ich weiß, das Ding ist unverständlich. Ist auch so. Sieht auch mega geil aus. Oh, ne Mist. Es sieht so geil aus. So, Moment. Hier bin ich doch nie im Leben lang gekommen. Ich verstehe manchmal echt die Welt nicht. Aua. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Klack. Wie. Kompass, Kompass, Kompass hinterher. Doch leider verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Bin ich so weit gereicht? Ich raffe es gerade nicht. Aber okay. Ist ja auch noch ein Neue da hinten. Und so wie vollkommen perplex durch die Gegend gelandet. Wieso nicht? Was ich da falsch gemacht habe. So, der kalte Kaffee ist ausgetrunken. Schöner fühle ich mich immer noch nicht. Das ist das. Ja, weil... Das ist super. Ich weiß nicht. Es ist aber auch noch ein neuer Biom. Ich bin verwirrt. Echt jetzt so. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber irgendwie muss ich so weit gegangen sein. Irgendwie so in einer Kurve oder so muss ich gelaufen sein. Ich sehe mir das Wasser geschwommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, echt nicht. Na gut, auch das scheinen noch neue Biome zu sein. Ne, das ist abgetrennt hier, oder? Ne, ne, sind auch noch neue Biome hier. Huch. Ach, scheiß auf. Ich habe ja noch eins. Ich bin verwirrt. Wieso, wieso, wieso bin ich so verwirrt? So. Ein paar Sonnenblumen mitgenommen noch. Befüge ich übrigens immer meine Sonnenblumen einfach wild mit dem Kompass durch die Sonnenblumen hacken und alles, was irgendwie liegen bleibt, aufsammeln, sodass 50% unbrauchbar sind. 50% sammle ich gar nicht auf. Und die 50%, die ich habe, sind scheiße aus. So sammle ich Sonnenblumen. Das ist ein typisches Prinzip von mir. Lauf schneller, mein Essen geht schon wieder alle. Nein. Ah, wenn du läufst, dann brauchst du dein Essen doch viel schneller. Ja, ja, das ist mir bewusst. Eigentlich nicht laufe, dann sind wir in 100 Jahren immer noch nicht zu Hause. Und ich habe nicht vor den nächsten 100 Jahre Minecraft zu spielen. Ich weiß, das Ding ist unlogisch, aber ist so. Es scheint immer noch eine neue Region zu sein, hier. Alter, sag mal. Das habe ich falsch gemacht. Was lief bei mir? Ich muss da was genommen haben zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, was ich getan habe. Also, das ist mir auch ein wenig rätselhaft geraten, aber kann ich ja auch nicht so machen, weißt du? Ist das ein kleiner Lens oder ist das? Ist auch noch alles ein neues Biom. Strange, ey. Echt strange. Huch. Was war das Ding? Habt ihr das Lichtfilmung gerade gesehen? Das war so irgendwie ein Bug oder so. So ein Tag nach Debake. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. 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 Ist das alte Biom jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin da. Ich versuche ja hier irgendwie zu umschiffen, aber das sieht so aus, ob es nicht klappt. Ist das eine Bucht? Ist das eine Bucht? Nein, gut. Ich bin da.